So, moin ihr Lieben, da bin ich wieder. Genau, ich hatte ja mal eine kurze Pause gemacht. Genau, so sieht das aus. Und wir hatten ja diesen schönen Gebäudebrand und ich stehe hier unten immer noch rum. Aber das war ja ein Küchenbrand, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Für mich war das ein Küchenbrand, nichts anderes. So, acht und neun Uhr morgens haben wir jetzt. Neun Uhr morgens. Ach, Abfallcontainerbrand. Auch nicht schlecht. Dann fahren wir mal mit dem kleinen Minitil. Osterfeld. Muss schon sagen, du wachst doch jetzt hier nicht rum. Ne, er ist eingestellt. Okay, das war jemand anders, der da rumgestanden hat. Ich bin nicht anfällig. Ich sag's euch. Macht mich nicht krank. Ich sperre euch das. Oh, ich wüsste es. Aua, ich wüsste es. Aua, 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 aua. Oh, mein Kopf. Dann kann man ein bisschen an der Seite fahren. Scheiß KI, ihr seid so dämlich. Kann mich jetzt auch wieder aufregen, tu ich aber, wenn ich jetzt nicht umfülle. Spinner, ey, nirgah. Affe. Oh, mein Gott. Oh. jetzt will ich mir nicht mehr also container brennt das scheint ja einmal Gelber Abfall zu sein, beziehungsweise bei uns in Ostfriesland ist das ein gelber Sack und hier ist es dann graue Tanne mit gelbem Deckel. Ob das andere mit Papier-Tanne sein? Ja, Quater. Nein. Nein. Na, wo ist es denn? Aha. Noch ganz klein versteckt war es. Wisst ihr? Wir finden alles. Manchmal. So. Ich habe verstauen. Das geht hier. Au. Au. Also, weißt du? Ach. Was trinken muss nur auch sein. Wir müssen ja alle ein bisschen am Leben bleiben. Hehehe. So, im richtigen Leben haben wir jetzt halb vier Namitas. Normalerweise wäre ich jetzt am Arbeiten, wenn das Wetter dementsprechend wäre, aber wir haben Temperaturen alle zwei bis drei Grad. Wir haben Regen und es ist kalt. Wie gesagt. Und im Gartenbau ist das natürlich kein Wetter. Aber nächste Woche soll es ja hoffentlich besser werden. Deswegen produziere ich auch vor, dass wir für nächste Woche wieder genug Material haben. Dass ich dann nämlich nur die Videos online stellen muss. Genau. Dann werden sie wahrscheinlich mal ein bisschen später kommen. Das heißt, dass ich die erst abends online stellen muss. Aber das macht euch gut. Könnt ihr ja zeitversetzt kommen. Weil ihr kommt ja auch unterschiedlich von der Arbeit. Wenn ihr schon arbeitet oder auf der Schule. Wie seht ihr immer auch? Alles unterschiedlich. Aber Hauptsache abends ab 19 Uhr ist es online. Vielleicht noch schon hier. Schauen wir mal. Mal gucken, was wir gleich wieder für Einsätze kriegen. Weil einen sollten wir hoffentlich noch schaffen. Bei fünf Minuten, da müssen wir wenig. Da wollen wir noch ein bisschen was schaffen. Nicht langs... Na, komm im Namen. So. Und dann gehen wir jetzt nochmal auf die... Zwei. Wie sich das gehört hier. Dankeschön. Schön gemacht, hätte ich fast gesagt. Wenn ihr mich nicht gegen den LKW gefahren hättest, du Pisser. Vollidiot. Mann, 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 Mann. Ja, komm. Ich hau gleich was von Schädel, du. Da kann man abbremsen. Aber nö, ey, Magie und Sitz auf der Beifahrerseite. Und Geo kriegt immer irgendwas an den Kopf geknallt hier, ey. So. Moin. 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 Na, alles hengerecht. Hallo. Alles hengerecht. Jo. Oh, ich höre die Möwen wieder schreien. Die sind ja ohne Wegens. Geo, du kriegst trotzdem kein Kaffee, wenn du dich hundertmal davorstellst. Mir doch egal. Liebe Entwickler, der Geo braucht einen Kaffee. Schon wieder klein. Schon wieder so ein Tag auf dem TLF 2 oder wie soll das jetzt hier werden? Oh Mann, oh Mann. Das Spiel hat mich aber auch sowas von lieb. Achtung. Brandschutz. Kleinflächenbrand. Einsatz für TLF 2. Mal gucken, ob da mich gleich wieder irgendwo gegenrammelt. Bestimmt. Halt so. Oh, komm. Wenn da zwei LKWs nebeneinander stehen, ne? Bedeutet, dass meistens nichts gut ist. Lass mal auf. Schauen wir mal von außen. Oh. Er hat's geschafft. Ich glaub's nicht. Er hat's geschafft. Jetzt fahren wir mal von außen mal ein bisschen mit. Mach immer mal das Geschiss. Ja, wenn ich aufpasse, ne? Dann fährt er One. Aber ich muss sagen, ihr habt das angepasst, dass die Autos nicht mehr so ruckig fahren. Und das fand ich wirklich scheiße. Dann setz ich das Atemschutzgerät doch gut auf, wenn man das kann. Jetzt gucken wir uns das mal an, was da drin ist. Ach, ein Spielgerät ist das. Naja, dann machen wir das aus. Jetzt. Miesück das Ohr. Moment. Ich bin klar. Miesück. 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 Das schöne Spiel geredet. Irgendwie ist ja noch ein kleiner Brandstück dran. Da ist ja nichts, oder? Noch ein. Ich glaube auch. Aber da oben brennt noch mal. Da oben in der Ege. Na schön. Kann man hier mitspielen. Geos wird nicht gespielt. Aufräumen. Fahrzeuge einsatzbereit machen, wie sich das gehört. Sonst geht es da einfach decken. Da ist es so. Gute Einzelne. Genau, fahre ordentlich um die Kurve, bis sich das gehört. Ich liebe die KI. Ich liebe rote Ampeln. Ampel wird rot, Ampel wird rot. Spektakulärste war der Küchenbrand. V3 hatten wir Küchenbrand, hatten wir, fährt noch alles. Na fast. Containerbrand fehlt noch, Großcontainerbrand fehlt noch, ja, zu viele Einsätze, die es eigentlich immer zu geben hat. Aber erstmal müssen sie die jetzt, die jetzt in Drasenlands laufen kriegen. Wir haben auf 2, wie sich das gehört. Klasse! So, ihr Lieben! Und weil es so schön war, machen wir nun erstmal eine Pause und wir sehen uns ja dann wieder morgen. Und ihr wisst ja, Montag bleiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Aber ihr wisst ja, wenn euch das Video nicht gefällt, dürft ihr das auch gerne unter die Kommentare schreiben, was ich denn falsch mache. Ja, ihr Lieben! Ja, und ihr wisst ja, ich freue mich natürlich auch über jedes Abo. Wisst ihr auch. Aber kriegen wir alle Tendo. So, ihr Lieben! Wir sehen uns! Wir hören uns! Und ich sag Montag bleiben! Tschüss! Tschüss!